Ja, jetzt haben wir sich in einer kleinen Pause gestärkt. Seid ihr gut drauf noch? Ja sicher, immer. Michael, geht's noch? Ich fahre doch aufs Nächste. Dem Arter nimmer ist immer dabei, gell? Jetzt starten wir durch. Gut, wir haben die zweite Runde, wieder drei Interpreten warten schon vor der Tür und jetzt will ich nicht länger umherreden, ich stelle euch vor, Fireball, bitte zu uns auf die Bühne. Applaus bitte! Servus lieber Fireball, grüß dich, hallo Schiri, also jetzt könnt ihr euch fragen. Hallo. Ja, hallo Fireball, ich schätze mal, im bürgerlichen Namen wirst du nicht Fireball heißen, wer bist du, wie alt bist du und warum machst du das, was du uns gleich zeigen wirst? Also mein echter Name ist Robin Fleischer und ich bin 16 Jahre alt und ich beatboxe schon seit drei Jahren und das mache ich aus ganzer Leidenschaft. Die man sieht. Die man noch nicht sieht. Die man noch nicht sieht. Dann gibst du mir das Mikrofon, ich sage einmal Danke für die Vorstellung-Runde und jetzt, die Bühne gehört dir. Applaus bitte! Ich werde euch drei Tracks bringen und ich starte mit Day and Night. downt onder oben 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 obe AirPods? drill ist Aktiv dauernd oben 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 Chrome каче голowo rum. Hence die setz Nakanie, au moins fest. Teuf ainnen bei T-Dalora um das Ganze rechts zum Zene. day night day night day night day night day night And now we start the music session. Und jetzt folgen zwei Tracks gleich aufeinander. Two to Freeze, ein Cover davon und ein Song von Linden and Sex. No, man, she told me, you got to want, you got to want me. Blood Gang, you're so about me. Blood Gang, you're so about me, yeah. Blood Gang, you're so about me. Blood Gang, you're so about me, yeah. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.